So, dann, was ist denn die nächste Haltestelle? Eppmannsweg, okay, und wir müssen abbiegen, nach rechts, da geht's nämlich Richtung Härten. Ich frage mich echt, ob der Omsi-Erfinder für diese Marken hier bezahlt hat, die er benutzt. Weil eigentlich müssen doch diese Spieleproduzenten die Marken bezahlen, wenn sie die im Spiel verwenden möchten. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wir haben auch einen Haltewunsch. Hä? Hallo? Ach, da haben wir wieder dieses Problemchen, dass da ganz hinten auch wieder welche aussteigen wollen. Na ja. Okay. Dann geht's weiter. Oh, hier fängt's wieder ein bisschen an zu ruckeln. Lukaskirche ist die nächste Haltestelle. Ja, ich weiß. Woher weiß er das? Abend. So. Dann ist die nächste Haltestelle. Hustle Straße. So. So. Wir müssen weiter geradeaus. Boah. Mist. Mist. Scheiß Ansicht. Hat mich voll verwirrt. Okay. Haltewunsch haben wir wieder. Und die nächste Haltestelle ist Wibrenhausenstraße. Und weiter geht's. Nächste Haltestelle ist Hassel Bahnhof. Guten Abend. Abend. So. Dann geht's weiter. So. Dann geht's weiter. Jetzt müssen wir links abbiegen. SEV Ende. Nee. Wir müssen weiter geradeaus. Was? Was? Scheiße. Ja. Sorry. Und weiter geht's. Nächste Haltestelle ist Wallstraße. Ah. Feuer ist noch eine Haltestelle. Und weiter kann's gehen. Können Sie mal bitte anders fahren? Ah sorry. Hier ist direkt eine Ampel. Und wir müssen wieder rechts abbiegen. Wallstraße hatten wir jetzt, ne? Oh. Wir sind viel zu früh. Sehe ich gerade. Uiuiuiuiui. So. Dann geht's weiter. Also die Linie führt eigentlich wie die vorherige. Bloß halt eine andere Strecke. Wie die 211. Ist da überhaupt jemand? Nein. Jetzt sind wir in Westerhold. Okay. Hab ich auch schon mal gehört. Ach, wir hätten eigentlich mal warten können, weil wir haben ja Verfrühungen. Naja. Ich finde dafür könnten wir jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Und wir haben wieder einen Haltewunsch. Und die nächste Haltestelle ist Geschwisterstraße. Ja. Drei Minuten Verfrühungen. Super. Ach, ich glaube, hier treffen wir uns, glaube ich, wieder. Mit, ja, mit der 211. Hier waren wir schon mal. Ah ja. Das Repaint ist übrigens auch von Bloodbeck. We love Bloodbeck. Ja. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja. Wir warten hier mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon wieder in Bloodbeck oder, ne, in Härten. Nach Härten, genau. Härtenmitte. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal eben auf den Plan. Wir sind jetzt Geschwisterstraße. Ja, ist nicht mehr viel. Ähm, Geschwister, ja, sind noch, sind noch 14 Minuten, die wir fahren. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Genau, es wird ja jetzt abgestimmt, äh, im, auf Facebook bei Bloodbeck wird ja jetzt abgestimmt, welche nächste Linie gebaut werden soll. Ich glaube, das war die 222 oder die SB 28. Wird ja jetzt abgestimmt, welche als nächstes gebaut wird für Bloodbeck 2016. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich mir sicher die 222, aber die SB 28 bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die das war. Könnte auch eine andere Nummer gewesen sein. Auf jeden Fall könnt ihr ja da auch mal vorbeischauen und mit abstimmen. Ich weiß nicht, wie lange das noch läuft, ob das, ob der Part da schon hochgeladen ist. Ja, wir warten mal noch eine Minute. Ich frage mich auch, ob noch jemand kommt, der mitfahren möchte. Aber ich schätze mal nicht. Ach komm, wir fahren einfach jetzt mal weiter. Ja, genau. So. So, 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 so. Na, so. Wie machen wir das jetzt? So, genau. So, und weiter geht's. Dann wollen wir mal schauen, was die nächste Haltestelle ist. Und wir haben wieder einen Haltewunsch. Westerholt Bahnhof ist die nächste Haltestelle. Ja, tut mir leid. So. Holen die mit. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Nächste Haltestelle ist Schlossstraße. Und wir haben wieder einen Haltewunsch. Oh, da ist wieder unser Lidl. Wir sind wieder viel zu schnell. Ich gebe mal ein bisschen langsamer Gas. Wir sind wieder viel zu schnell. Das ist nicht so gut. So. Jetzt sind wir an der Schlossstraße. Hallo. Hallo, Tag. Also, da ist immer noch halt der Haltestelle. Na ja. wir müssen jetzt hier lang ja, dann sind wir ja auch schon fast am Ende dauert aber noch ein bisschen ja, dann sind wir ja